dieser mercedes benz b 180 steht hier zum verkauf fünf personen haben in dem weißen fünftürer platz der kilometerstand des fahrzeugs liegt bei unter 25.000 kilometern die erstanmeldung war anfang 2013 die limousine besitzt zahlreiche aussteckungsdetails wie esp xenon scheinwerfer navigationssystem einparkhilfe partikelfilter und vieles mehr unter der haube gibt der sparsame diesel eine leistung von 109 ps an das schaltgetriebe ab der angegebene verbrauch liegt bei nur 4,5 litern pro 100 kilometer kontaktieren sie uns wir informieren sie gerne mehr bis zum nächsten Mal